Hier wird eine neuwertige ca. 110 m² große Bürofläche Zermiete angeboten. Sie befindet sich in Köln. Das Haus wurde 1955 erbaut. Das Büro verfügt über Parkettboden, Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne den Mietpreis dieser Immobilie mit. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.